Hola Leute, wir machen wieder weiter mit Let's Play, Serious, ähm, HD, TOGETHER, THE FIRST ENCOUNTER. Das war jetzt etwas durcheinander, aber ich hab nichts vergessen. Okay. Okay, dann würde ich sagen, dann machen wir los. Dann lässt du erstmal ein paar Gegner spawnen. Genau. Ah, Bombi! So, weiter geht's? Ich will die ganze Zeit Pferde, das irritiert mich. Ich hasse Pferde. Immer noch. Schön assi. Hä? Hä? Was hab ich denn grad... Hä? Ich bin grade nur hier runter gesprungen und hab Schaden gekriegt. Hier waren Pferde. Ich hör selbst mit Bombis. Und ich seh sie sogar. Du füllst nur noch rein, Schieß. Keine Ahnung, ich seh das nicht, wenn der tot ist. Er könnte mal ein Sterbe-Greusch machen. Das sieht man doch an dem Fadenkreuz, das ändert doch seine Farbe. Ja? Ja. Oh, muss ich mal drauf achten. Wenn die noch volle Lebenspunkte haben... Ach du Scheiße! Was ist denn hier los? Wenn der weiß ist, ist er tot. Ah! Ich weiche grad fast einem voll pro aus. Kann man leider nur fast einem. Hast du es jetzt mal gesehen mit der Fadenkreuzfarbe? Nö, ich hab hier nicht drauf geachtet. Muss man machen. Wenn du auf den Gegner zielst, ist das grün. Wenn er fast tot ist, wird es gelb und wenn er... Ah! So, so auf der Hälfte wird es gelb. Voll pro ausgewichen gerade. Und vor Ende wird es rot. Und wenn es wieder weiß ist, dann ist er tot. Hast du es jetzt gesehen? Nö. 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 Ich wollte dir grad den Arsch reiten, da hab ich nicht drauf geachtet. Tut mir leid. Ich achte irgendwann nicht drauf. Ich achte bei dem mal drauf. Wo? Bei wem? Bei dem Lauf. Okay. Tatsache! Da muss ich öfter drauf achten. Ja. Also mir ist es grade erst aufgefallen, dass das so ist, aber ich werde mir das nicht merken können. Alter! Ah! Wie sie alle zu mir wollen! Du stehst doch richtig schön in der Ecke. Ich weiß. In der Ecke? Du stehst in der Ecke. Ah, danke. Ich meinte eigentlich links, links. In der Ecke stehen. Genau. Alter! Sehr gut. Wirklich sehr gut. Wir sind einfach beide gleich. Alter! Aua! Womit schmeißen die da? Mit irgendwelchen Fesseln, Fußfesseln und so. Uh, Fußfesseln. Mhm. Oh, ich geh mal in meiner Freundesliste offline. So. Da ist noch eins übrigens. Wolltest du sagen. Du hast schon Raketen hingeschickt. Ja, die halten genau... Wow! Laufi! Die halten exakt zwei Raketen auf. Da war Laufi! Da hast du gesehen, die mag ich. Hä? Du hast das gespawnt. Sorry. Ich hab da den Krams eingesammelt. Ah! Jetzt hab ich drauf geachtet! Hinter uns ist übrigens auch eins. Jetzt. Aua! Jetzt tot. Jetzt wo du anfängst drauf zu schießen. Sehr nice. Sehr nice. Moment. Äh, das grüne Ding zerschießen. Aber hab ich nicht geschafft. Du hast mich erwischt. Oh. Nein, Pferd! Hast du die Rüstung da schon eingesammelt? Wo? Ach nee, nee, hab ich nicht. Haha! Das grüßt du nur wo nämlich... Ja, ich geh trotzdem immer hin. Egal ob das aussieht, als wenn da nur Raketen wären. Oh. Was denn? Irgendwie ist da... Oh. Na, mit Stacheln. Na dann, die können hier wahrscheinlich auch nicht rüber. Nö. Nö. Hihi, Leute. Ja. Nein! Boah, das war fies. Aber ich hab mich nicht treffen lassen. Im letzten Moment geht hier auf einmal so eine Plattform. Pass auf! Oh. Wie mies! Ich glaub, wir müssen da rüber, wenn die Viecher kommen. Ja. Okay, das nächste Mal, wenn's zugeht, machen wir das. Bin da! Ich auch. Sehr schön. Haben wir beide geschafft. Jetzt den Minigun nehmen und voll rein wichsen. Nö, Minigun! Ich musste mich gerade so freuen, weil ich Miniguns toll finde. Noch so was schnell scheißendes. Schießendes. Haha. Entschuldigung. 500 Tschüss! Sehr nice! Hui. Ah! Der ist voll in mich reingeflatscht. Ich muss mal eben meine Triska-Menü. Kannst du mich so lange schützen? Ja. Danke. Okay. Das schauen wir wieder da. Scheiße. Ich dachte, der eine stirbt nur rechtzeitig. Boom. Ah! Da sind wieder Pferde! What the heck! Alter! Scheiße! 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 Ich hoffe, ich habe momentan gar keinen Bock drauf, dass dann die Minigun alle ist. Ja! Meine ist noch nicht alle. Aber... Aber jetzt! Was? Nein! Ich habe da ja gar nichts dabei! Lol! Bin wieder da! Ich habe schon wieder was gekriegt. Ah! Alter! Alter! Ist das ekelhaft! Oh! Diese ganzen Pferde! Scheiße! Ich habe mich selbst gesprengt. LoL! Oh! Ich mich gerade auch! Scheiße! Ich habe nur noch 10 HP! 12! Dein Auftritt! Und du hast auch schon wieder nur 3! LoL! Du hast echt viel HP! Was ist das? Das ist bei mir fast alles leer! Was ist das hier für ein blauer Teleporter? Das ist... Wenn du noch auf der anderen Seite gewesen wärst, während ich rüber bin, hätte ich den Teleportieren oder andersrum. So! Alter, das war jetzt krass! Das waren viele Gegner! Ja! Somit bin ich das erste Mal an Gegnern verreckt! Ich das zweite! Oder? Ich bin schon total oft gestorben! Ja! Aber nicht an Gegnern! Guck! Und hier liegt voll viel Lebenspunkte! Ach toll! Wir müssen da jetzt rankommen! Woran? Ich mach das doch! Ups! Sorry! Was hast du denn da? LoL! Du hast dich grad selbst in die Luft gesprengt, LoL! Ich hab gegen die Wand geschossen, LoL! Okay, ich bin insgesamt dreimal gestorben! Aber irgendwie Munition für ne andere Knarre! Das hier zum Beispiel! Alter! Mach dich bereit! Komm her! Was? Wo? Was? Oh sorry! Warte! Mach dich bereit für die ultimative Action! Oh ne! Kann das alles nicht einsammeln! Scheiße! Hier passiert Decks! Aber gleich! BOMBIS! Oh! Oh! Die wollte ich gar nicht! Ich wollte nicht die Minigun! Ich wollte die andere! Thompson! Mag ich lieber haben! Nein! Pferde! Ficken! Das ist es! Weißt du was da bist? Ficken! Das bist du! Oh Gott! Es gibt noch kein... Oh jetzt hab ich kassiert! Aua! Hilf mir mal! Nein! Das ist wieder alles! Oh! Oh! Fuck! Oh nein! Ein Bombi direkt in meiner... Nähe! Oh! Fuck! Ich kann mich auch vergessen! Diese Folge ist ja aber geil ey! Aua! Aua! Diese ganzen Pferde! Kann man die nicht mal weg machen! Nein! Nein! Bist du schon wieder gestorben? Oh! Ich auch! Ich bin wieder zerfickt ey! Oh! Und schon wieder! Lol! Wieso? Hallo? Was geht denn ab? Ach! Ja! Ja! Das ist jetzt sehr fair, wenn ich sag! Ah! Ich aber auch! Nein! Geh weg! Geh weg! Oh nein! Ich hab nicht mehr mitgezählt! Ja nicht! Aber ich bin jetzt richtig oft gestorben! Ja! Die Pferde ist aber auch ultra fies! Ja! Die ganzen Pferdis! Wären die Pferdis nicht, wäre das gar nicht so schlimm! Ja! Ja! Ach du Scheiße! Hapien! Ich hab wieder Thompson-Money! Ja! Das ist aber echt auch neuer Super ey! Was noch? Was noch?! Keine Pferde, oder? Nein! Aber von links und rechts kommen auch weiter! Achso! Die kommen grad... ALTER! Sind das viele! Scheiße, ihr wart da... Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Aua! Das dachte ich mir grad auch nur so! Oh, bei mir leckt es gerade. Ja, bei mir auch. Dank dir. Weil wenn es bei dir leckt, dann leckt es bei mir auch immer. Ih, ich habe Blut auf dem Bildschirm gehabt gerade. Uff, die laufen ja auch rum. Ja. Ich kümmer mich gerade nur, ob die rumlaufen. Ich so, um die, die mich angreifen. Was ist denn für mich eigentlich... Ah, alle sind. Von hinten? Die kommen von überall. Hast du schon mitgekriegt? Das sind wahrscheinlich jetzt 100 Stück und dadurch sind hier so viele Gegner in dem Level, weil es einfach nur diese ganzen kleinen Fliegis sind. Scheiße, ich habe nicht schnell schießen müssen, ja. Ich gleich auch nicht mehr. Obwohl, Energie klare? Ja, Energie klare hätte ich noch. Ich nämlich auch. Die sind weg! Yay! Wenigstens diesmal nicht gestorben, ey. Bei den kleinen Minidinger... Warum hast du... Oh, lol! Sag doch was! Oh, nö. Aua, 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 aua! Fettisch! In deinen Hintern! Fett genug. So. Oh, was passiert denn jetzt schon wieder? Nein! Hä? Ich habe gar nicht kassiert, irgendwie. Toll! Marzellation! Danke. Okay. Ah! Oh, nein! Scheiße! Mach einer die Pferde weg! Und wieso leckt das bei mir? So ultra! Tja, ist klar, ne? Ah! Nein! Geh weg! Mal. Aber stell dir mal vor, man muss das Spiel alleine spielen. Stell dir mal vor, die gehen alle auf dich, weil du eine Frau bist. Ja, das ist ja total klar. Ich mag die Laufis viel lieber. Die könnte ich nicht anspringen. Ich hasse es, angesprungen zu werden. Minigon! Ah, geh weg, 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 weg. Alter, war's das jetzt endlich mal? Bitte! Das ist nicht nö. Oh, was ist denn das? Okay, das war's. Was? Was war's? Mit dem Minigun. Ach so, ich hab noch 329 Schuss. Wie, du hast noch 329 Schuss? Ich hab die ganze Zeit meine Laserknarre, Alter, geballert. Oh, endlich, die Tür geht auf. Yeeha! Wuhu! Abklatschen. Abklatschen. Oh, das wollte ich nicht. Wo ist jetzt die Tür? Ach, da. Mein Wecker hat aber auch geklingelt. Eigentlich ist es nur fertig, aber es kann sein, dass wir aus dem Level rauskommen. Nein, wir wollen aber noch das Secret finden. Lass mal gucken, ob die Türen hier aufgehen. Du gehst da rechts da und ich die hier. Vielleicht Gegner spawnen und ich sterbe, ne? Aber jetzt am Ende ging es, ey. Nur am Anfang. Da waren wir ein bisschen überfordert. Da bin ich ein bisschen oft gestorben. Da hab ich aber, glaub ich, auch zu viele Explosivwaffen benutzt. Und hab mich da eigentlich größtenteils selbst mitgekillt. Passiert mal. Alter, gar nicht so leicht das Spiel, ey. Ne, irgendwie nicht. Möchtest du mal was versuchen? Nö. Oh, nicht irgendwie weiter. Ah, hier ist die Minigun. Was denn? Was soll ich denn versuchen? Ja, nur ob man da oben rauf kann. Aber ich glaube, das geht nicht, oder? Glaube ich auch nicht. Probier mal. Ne, das fühlt zu hoch. Komm ja nicht mal annähernd hoch. Okay, dann nicht. Dann gehen wir weiter. Ich will ja nur das Secret finden, weil hier ist ja nur eins. Ja. Wollen wir das nicht finden? Aber wie weit sind wir denn gegnertechnisch? Naja, 50 sind's noch. Nö. Toll. Ja, ich sag doch. Oh, jetzt hab ich das gar nicht vorgelesen, was da stand. Alley of the Sphinxes, Approaching Thebes. Das kannst du immer noch durch vorlesen, wenn du auf Strategie gehst. Ach, jetzt muss ich aber Strategie. Gut, dann lese ich es jetzt vor. Alley des Fingens, Theben rückt näher. Wir haben das Amon-Ra-Artefakt im Tempel von Ptara gefunden. Doch ich weiß nichts darüber, weder was es ist, noch welchen Zweck es wird. Das ist ja super. Ich glaube, dass nicht einmal die Anführer in Memphis wussten, was sie damit anfangen sollten. Sie wollten es wohl nur von Theben fernhalten. Und das ist der Grund, weshalb wir nach Theben reisten. Um mehr über dieses Artefakt zu erfahren. Nach wenigen Tagen Fußmarsch durch die glühende Wüste nähern wir uns endlich Theben. Du musstest in der Wüste deine Munition wegwerfen, weil es zu schwer war. Toll. Aber keine Sorge, die Patronen für deine Schrotflitten hast du behalten. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es kein Monster gibt, das uns davon abhalten kann, diesen alten, heiligen Ort zu betreten. Außerdem verfügen wir über alle vier Elemente, um die Tore von Theben zu öffnen. Aha. Statt Sache, alle unsere Waffen sind alle. Ganz toll, wirklich ganz toll. Das fängt ja super an, ey. Naja, aber wir werden jetzt hier auch erstmal wieder eine Pause machen. Ja. Schöner Himmel übrigens. So viele Sterne. Und ein Mond, guck dir den Mond an. Okay, wir machen jetzt die Challenge. Wir machen Sterne zählen. Und endlich wird fertig. Oh, ein Mond hat Wache. Ja gut, dann machen wir jetzt die Challenge Schäfchen zählen. Wir sind uns beim nächsten Video wieder hier mit diesem Pfad Nachtheben. Das bringt Sterne auf deine Hose. Ich weiß. Ja. Mal jetzt Schäfchen zählen. Ich habe irgendwie einen gelben Bremsstreifen am Hintern. Eins, zwei, drei, vier. Wirst du nicht? Was ist jetzt passiert? Keine Ahnung. Ich habe mich gerade hingekniet. Wie behindert das Aussehen? Ach, was? Mach es halt Börsen an. Aber bei mir sieht das doch geil aus irgendwo. Wenn ich so laufe. Lauf mal so, seitwärts. So geht's ja noch. Aber geradeaus. Vor allem, wenn du geduckt bist, kann man dir voll unter den Rock gucken. Heiß. Ich habe ja auch ein heißes Outfit an. Ich auch. Nee. Na gut, wir machen jetzt hier auf jeden Fall Pause. Also, bis zum nächsten Mal. Ah, die Aufnahme läuft ja noch, lol. So. Tschüss.